Marc. Servus Leute, da sind wir wieder mit TTT und dem Kartoffenkommando. Und heute haben wir ganz besondere Gäste. Natürlich die üblichen Konsorten. TTT Simon ist da, Nils ist da, ich bin da, Cubeside ist da und nicht Nilo. Die haben wir jetzt einfach mal in der Ecke liegen lassen. Ja, jetzt bin ich traurig und geweint. Ich bin kein Traitor, das wollte ich mal hier von ganzem Anfang hier sagen, ja? Also nicht mich umgegen, ich bin kein Traitor. Stimmt, Jungs, hier, Detective Laser ist wieder am Start. Ganz kurz zur Erklärung auch für meine Zuschauer, ich bin heute hier in TTT mit den süßen Boys. Und die ganzen Aufnahmen, also danach wird noch mehr aufgenommen, das seht ihr alles bei dem lieben Kartoffenkommando, das ist gleich, wenn ihr am Anfang wisst. Und was ist TTT? Einfach zur Erklärung, es ist einfach ein Spielmodell, hier gibt es drei Fraktionen. Einmal die Innocence, einmal die Trader und einmal die Detektive. Die Innocence, wie zum Beispiel jetzt ich, sehen, sozusagen nur die Detektive. Ja, und die Traitor nicht. Und es ist die Aufgabe von den Traitern, okay, ich dürfte jetzt nicht reden, weil ich tot bin. Aber, ich rede ganz kurz noch weiter, weil ich das kurz erklären will. Ja, ich sehe deinen Fall. Auf jeden Fall ist es halt so, dass die Traitor halt heimlich die Innocence umbringen müssen. Und Innocence müssen herausfinden, wer die Traitor sind, weil wir es nicht sehen. Und die Traitor sehen halt alle Innocence und alle Detektive. Ja, ich hoffe, ihr habt es alle gut verstanden. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin tot. Junge Jungs, also Nino ist schon tot, wie gesagt. Seine Leiche ist bereits gefunden worden. Ich konnte aber noch nicht ganz terminieren, wer ihn gekillt hat. Ne, Sedi, du gehst mal lieber, okay? Geh einfach mal. Ja, okay. Und dann geh ich halt wieder, gut. Okay, jetzt ist das interessant, da liegt noch eine Zweite und Eichern. Änder deine Einstellungen, zwei Mal. Okay, ein... Das war ein Schuss, das ist mit einem Schuss gekillt worden. Niemand, nimmst du das? Beide Male war die letzte Person, die sie gesehen haben, Sedi. Na dann. Das heißt, apropos der Innocente, sollte sowieso jetzt auf der Hut sein. Alle, die nicht ich sind, sind Traitor. Ja, das Ding ist, ich habe gerade Optionen geändert und es hängt gerade. Aber lasst mich mal bitte leben. Okay, wen haben wir denn da? Da kommt einer halt. Komm mal auf. Geh mal weg. Du Schiffsmensch. Da, 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 da. Auf der Karte möchte ich nur kurz für die Geister gesagt haben, gibt es leider keine Gegenstände, die sie besetzen können. Und wenn, dann nur irgendwo einen oder so, aber der ist irgendwo versteckt, weiß ich jetzt nicht. Auf anderen Karten, die wir spielen, da gibt es dann Gegenstände, da kann man dann rumgeistern. Alter, wenn die wissen, wo ich bin. Ich habe tatsächlich doch ein bisschen Angst, so alleine. Du solltest Angst haben, du bist ein Traitor, Sedi. Was ist los mit dir? Okay, ich bin kein Traitor. Oh, scheiße. Ich habe den jetzt einfach erschossen, aber er warte. Schönen. Ja, dann ist es noch John. Nein. Hä? Bruder, du bist es. Hä, Junge. Du bist bestimmt Traitor. Wetten? Wetten nicht? Wetten? Wir wetten auf deine Mutter. Nein, du bin ich. Nein, finde ich jetzt nicht so. Ehrlich sind sie. Ja, dann lass uns mal treffen, komm. Ja, nein. Becky ist bestimmt auch tot. Ja, Becky ist tot. Oh, boah, John, das ist echt ätzend. Weißt du, den mit der scheiß Ping lässt du zuletzt die übrig noch. Das ist ein richtiger Spaß. Hä? Junge, du bist bestimmt Traitor. Wetten? Es leben nur noch wir beide bei du. Ja, natürlich. Nullchecker, ne? Bringst du alle um? Hast du es nicht, oder was? Ja, natürlich. Ich bringe alle um. Klar. Sicher. Ja. Ja, natürlich. Du musst zu mir kommen, das weißt du. Oh, Alter. Das kannst du nicht kaputt machen. Ich kann dich, glaube ich, nicht dadurch anschließen, oder? Das kannst du kaputt machen. Oh! Nee, das ging nicht. Nee. Nee. Ja, du bist bestimmt Traitor, wetten. Wir sind die einzigen, die noch leben. Komm doch, Bitch. Wieso? Schatz, verstehst du das Spielprinzip nicht? Es leben nur noch wir beide. Wieso liebst du da noch rum? Ey, was ist da noch rum? Okay. Schon klar. Verstehe. Oh. Ja, was ist das? Alter. Nein. Komm, Junge. Nein. Ja, schön. Das war so ein schlechtes Schauspiel. Kurz, ich habe mich fast übergeben. Hä? Wieso hast du dir am Schluss gelogen, wenn du mit zwei Leben liefst? Ich verstehe den Sinn. Das frage ich mich auch. Ja, ich habe so... Melo, wie bist du gestorben? Mich hat irgendeiner mit der Schrotzende von hinten abgeschossen. Nee, ich habe dich mit einer Zeit in Star-BP getötet. Ja, ich dachte, wer war dann die Traitor? Ich? Ja, T.T. Simon. T.T. Simon, ja. Und ich habe versucht, Blacky zu stellen, treffe ihn mit der Schrot-Finde, er gibt mir instant einen Headshot. Ende. Ähm, Melo, nur um das zu erklären, ich habe versucht, im Endeffekt sozusagen noch zu sagen, dass irgendwer noch lebt. Man kann es ja probieren, rein. Aber Jack kann nicht schauspielern, deswegen... Ihr wisst aber auch, wenn ihr Leichen untersucht, äh, dann... Na, also es stand schon dort und das T.T. Simon Traitor war, weil ich habe ihn gleich untersucht, nachdem ich ihn erschossen habe. Dann wird das angezeigt. Stand auch da, dass du noch kann man nicht leben. Jo. Ich kenne mich hier gar nicht aus, wo ich gescheite Waffen und so bekomme. Ähm, am besten in der Kaserne, da gibt es viel. In jedem Gebäude findest du mal so eine kleine Sache. Kaserne ist rechts von dem Luftschiff. Genau, in der Burg ist auch was. Wo, wo ist das? Also das Luftschiff musst du sehen. Nein, ich kriege es denn. Das ist... Das Luftschiff muss sehen. Ich bin hier beim... Ich bin hier beim Luftschiff. Ah, ich glaube, ich habe was gefunden. Aha, aha. Oh, ich komme aber von dieser Leiter nicht weg. Wie komme ich hier runter? Äh, du musst... Du musst ein bisschen springen. Ja. Du musst ein bisschen rum über Rudersteuerung drücken, um so, um nach unten zu gehen. Ah, ich habe schon da geflogen. Ich muss... Ich kenne die Map schon, aber ein bisschen zurechtfinden. Huch, sorry. Ich habe aus der Seine geschossen. Und jetzt. Und ich werde Nilo sein oder sogar ein Info, also. Ja, also ich war hinter dir. Ich habe auf dich geschossen, obwohl ich nicht wollte. Aber ich merke, das ist aber auch voll feindlich gewesen, wenn du die Map noch nicht gekannt hättest, ne? Ja, es ist mein... Er hat sie gebaut. Er hat sie gebaut, genau. Genau, genau. Ich bin mit Nilo alleine. Hallo, Nilo. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wie geht's dir? Nein, 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 nein. Ich bin mit Sadie alleine. Kleiner Tipp noch, wenn Nilo das erste Mal mit uns spielt, ähm... Die ist huge, wenn du die hast. Die hat schon eine Menge Schuss und so und schießt auch sehr schnell, aber das ist die schlechteste Waffe. Okay. Ich bin mit Nilo alleine. Hilfe, ich habe Angst. Lass mich durch. Was hast du für ein Schild auf dem Kopf? Hey, was ist das? Das ist... Das Schild kann man sich kaufen. Wir sind alle missgeboten. Musst du bestimmen. Das Schild ist so ein Warnschild. Guckst dir genau an. Siehst du es? Guckst dir an. Nein, der Schie... Wenn du F3 drückst, dann kannst du dir Sachen kaufen, aber nur wenige. Und Sadie ist, glaube ich, gerade gestorben. Ja, glaube ich auch. Wer war bei Sadie? Ich glaube, Nilo ist ein Übeltäter. Wo ist er denn? Verräter. Das Problem ist, ich habe noch nicht huge, also... Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Hier ist Blacky. Ja, ich bin bei Nils. Nils, du kannst mich gerade in Ruhe lassen. Finde ich gut, dass Sadie zuerst gestorben ist. Da kann er keine Scheiße mehr haben. Ah, Nils ist das... Yeah. Okay. Okay, also John und Nils. Beiden Retards, na toll. Ach, der Detective. Ich hätte jetzt fast den Detective über... ...naufgeballert. Oh mein Gott. Könnt ihr mal piepen? Okay, leg. Oh, Alter, was war... Ich glaube, da habt ihr gerade daneben geschossen, war. Noch jemand da? Psst. Ja. stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Aber Simon ist gerade aus dem TS getimed, out, ja out, out getimed, was? Das ist schön, doch ist es auch gut. Nicht gut, weil jetzt bin ich wieder alleine. Ne, das ist jetzt unfair. Ne, das hat doch nicht geklappt. Ne, das hat eigentlich nicht geklappt. Ne, das hat aber nicht geklappt. Ne? Hallöchen, ja ich wollte mal abwarten, wie lange so hier die Leute so das checken, weil die dachten bestimmt, er hat mich umgebracht oder so, aber dabei hab ich eh nur mehr. Ne, er hat ja geschrien, vorhin hab ich ja auch vorhin gesagt, dass es Nilo war, ich weiß gar nicht, was ich da fasselt hab schon wieder. Hä, ich dachte du bist tot? Dann dürfte er nicht mehr reden. Es tut mir leid, dass ich da jetzt noch lege. Hä, wo versteckt dich denn da Innos denn, das finden wir denn nicht, oder wie? Ist ja mal voll der Shit. Aber er ist wieder in den TS gejoint, also. Simon, ja. Da, ich hab grad Schuss gehört. Hä, wo ist der denn? Man sieht hier niemanden. Warte, ich kann ein Radar kaufen. Ne, mach das mal nicht. Oh, sie sind in dem Haus, äh, an der einen Ecke. Beide. Okay, perfekt, gut. Also, geh runter, geh runter, wir müssen uns beeilen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ganzhaft, Simon, du bist auch hier? Ne. Ja, natürlich. Alter, hoffentlich, hoffentlich fall ich jetzt nicht die Treppe hier runter. Äh, ich mein, die Leiter. Ich komm mit den Leitern hier nicht klar, wie kommt man hier runter? Alter, pass auf, pass auf. Hä, hat irgendjemand eine Ahnung, wie ich die Leiter runter kann? Ein, erledigt. Oh ne. Okay, ich komm nicht runter, ich geb dir einfach Deckung von oben. Oh ne. Wo ist der andere, wo ist der andere? Er ist ganz oben. Ganz oben? Also praktisch, wenn du gerade, äh, rechts. Rechts. Ja. Genau, äh, links, links. Rechts. Alter. Oh, dieser Shot, Alter. Na, da, 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 da. Nilo hat darauf einen High Five. Hä, wie, wie, was ist denn da gerade passiert? Ich hab ihn mit, äh, erst oben aus dem Dach rausgekommen. Mhm. Und dann hab ich ihn mit der Seine des AWP weggeholt, weil ich auf dem Turm stehe. Weil ich so blöd war, die Leiter runter zu klettern. Genau. Dann springt er erst mal vom Turm, ey. Ja. I believe I can fly. I believe I can touch this guy. Vor allem, ich musste mich einfach zusammenreißen, weil eigentlich wollte ich so ne Tarnung haben, dass ich nicht umgebracht wurde. Weil ich könnte auch sagen, oh er schießt auf mich und ich bin still und dabei bist du dann schon tot. Weißt du was? Das ist mir dann nicht aufgewöhnt. Sorry, dass ich verraten habe. Der eine da, heilige, nachts stille Nacht. Ich dachte mir einfach nur so scheiße, ich darf jetzt nicht anfangen zu lachen, ey. Vor allem Blacky, du standst ja neben mir und du warst schon tot und irgendwie zwei Sekunden später hast du erst angefangen. Ah, Nils, es ist. Also bei mir war ich noch nicht tot, du weißt ja, ich hab furchtbaren Lack. Ja, du hast nen Ping. Schau, weißt du, guck, ich schnurz dich so um. Es ist still. Ah, Nils. Ja, sorry. Ne, es ist also wirklich bei mir, aber es ist rechtzeitig. Sieht man dann auch auf meinem Video. Habt ihr alle ausgestellt, dass ihr Detektiv werdet? Hi Kubi. Alter, Jihad Potential, passt auf. Nilo, weißt du was ne Jihad ist? Ja, weiß ich. Lalalalalala. 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 Dann sind wir erstmal weg. Das beschreibt es gut. Bleib Herr Detektiv bei mir, Cube. Das war eine perfekte Imitation. Nein, das wüsste ich nicht. Doch, ich will beim Detektiv sein, wir müssen mich jemanden umbringen. Ich grober hier jetzt erstmal. Ich bring dich um, ich gehör zu dir. Bist du sicher? Ja. Lass mich du, ich. Okay, dann, wohnen wir jetzt hier. Das Kamin ist on fire. Okay. Richtig romantisch. Nicht wahr. Herzenschein. Blecki, wollen wir uns romantisch an den Kamin setzen? Vor allem, du hast einfach einen Scheinwerfer auf deinem Kopf. Was ist bei dir los? Hast du schon meinen Kleidischen Afro gesehen? Das ist doch normal. Der Kleidisch. Ich bin Afro-Man. Warte mal, den mach ich vielleicht mal weg. Ich glaub, ich hol mal den nächsten Lololol-Streifen. Blecki, ich würd sagen Afro-Power. Nee, danke. Wo kann man sich was kaufen? Ah, da sehen wir uns auch schon rein jetzt. Blecki, komm lass mal den Kamin kuscheln. Okay. Komm mit. Da, da rein. Ah, hier. Also Leute, Blecki ist hinter mir, falls ich sterbe, ist es Blecki. Okay, ich hab mir jetzt glaub ich irgendwas gekauft oder so. Nice. Und jetzt holen wir uns gegenseitig einen runter. Iiiiih, Alter, was? Lass mich. Ich hab mir jetzt irgendeinen Handy gekauft. Ich bin nur, du homophobe. Er ist ein Sexualtrip Traitor. Er ist der Wendler. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, Alter. Der Simon schaut so verdächtig aus irgendwie, Simon. Nur weil er einen Scheinlamper als Kopf hat. Nee, der Simon hat nichts auf dem Kopf. Alter, Can. Wurde eher nichts im Kopf. Kann ja auch nicht hochgehen, das ist halt gelöd. Ey, wieso sprichst du denn nicht? Can, den weder Sachs jetzt hat oder ich schenk dich rein. Ja, sorry. Sorry, ich hab die ganze Zeit, ich war noch die ganze Zeit gemütet. Ja, 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 ja. Fette SP-Aiter. Nein, lass mich durch. Ah. Jamba sündert Ewigkeit nicht mehr Traitor, deswegen. Ja, okay. Nein, ich war nur vorhin die erste Runde Traitor. Jamba. Ich hab geschossen. Ich hab nicht geschossen diesmal. Wirklich nicht. Nilo? Hast du den Fluss auch gehört? Ja. Das war Nilos Waffe. Nein, das war Zedis Waffe. Ey, ich hab ne Deagle die ganze Zeit in der Hand. Zedis? Ich sage, dass das Nilos war. Ja, genau. Nilo? What? Dann stell dich jetzt an die Wand. Du hast ne M16 in der Hand, oder? Nee, hab ich nicht am Magnetostick. Can. Also ist das jetzt confirmed, dass es einer von euch ist, oder was? Ich sag, dass es Nilo ist. Zedis, stell dich mal an die Wand. Die ganze Zeit geschossen. Ich hab nen Meg. Äh. Oha. Alter, wer hat mir so viel Schaden gemacht? Will ich an die Wand? Hier, an die Wand. Hier. Willst du mich jetzt Crowbar an? Ja, du bist es. Sofort. An die Wand. Ja, natürlich. Und? Nee. Oh, schade. Bist du es? Nein. Ey, du bist ja mein Buddy. Ja. Das machen wir jetzt mal nicht. Hätte ich schon die ganze Zeit umgebracht, weißt du? Das ist... Alter, was hier abgeht. Aber es sind doch... Ihr habt doch vorher Nils gehört, der ist doch gestorben. Also... Eigentlich muss es Nilo sein, weil ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht wirklich. Ich meine es ernst. Ich bin's wirklich nicht. Ja, aber wir haben doch zwei Traitor. Wie... Ja, wieso soll... Ich bin's wirklich nicht. Ohne Witz. Der Nilo war die ganze Zeit bei mir. Der kann's nicht sein. Ich werd abgeschossen. Ich werd abgeschossen. Oh shit. Ich werd abgeschossen. Immer, immer, immer. Ich bin tot. So, Kubi. Ich reiß das. Wart mal ab. Zwei gegen The Detective. Fünf gegen Willy oder so. Ich verstehe. Ey Geister, wir können nicht lachen. Ich soll schon. Oh Jesus. Erstmal alles verlieren. Ah. Ah! Ah! Warum wär ich nicht ein Schatz? Ah! Was ist das?! Ah! 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 Erschreck mich bitte... Simon, du erschreckst mich bitte nicht so. Okay? Ja. Stehst du gut auf den Torn? Gerne. Hä? So und das war es jetzt auch von meiner... Was ist los? Das war es auch von meiner Aufnahme her. Den Rest seht ihr alles beim lieben Kartoffelkommando. Link unten in der Bücherschabung. Und ja, waren ein paar freshe Runden. Und ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart und war echt cool. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann Leute, lasst es pro Setzungen, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein, bis dann. Tschau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Servus. Sag mal, wessen Frauenstimme war das eigentlich? Normalerweise hört man sich nicht so weiblich an. Arzt, bitte.